Ich muss sagen, seine Stimme kommt auch krass auf den Beat, die ist so rau. Hat noch jemand so eine rauhe Stimme wie er in Deutschland? Er hat eine unglaublich reife, tiefe Stimme für sein junges Alter. Ich weiß, dass er jung ist, ich weiß noch nicht genau wie alt. Und es hört sich so ein bisschen an für mich jetzt, dass er vielleicht mit ein paar Leuten abschließen will, so ein bisschen Herzschmerz hat, ein bisschen auf jeden Fall emotional rede, weil wir haben Kasar zum Beispiel auch in den letzten Tracks gehabt, extrem hart, er kann extrem hart rappen, haben wir hands down, gar keine Diskussion hier. Aber es hört sich für mich so an, als ob er so ein bisschen Herzschmerz hat, so ein bisschen was loswerden will und das kann man auf so einem Beat krass gut. Gefällt mir morgen, der Kasar stirbt und sowas. Also er redet schon über Sachen, die in seinem Alter eventuell, ihr kennt doch diese ganzen Autotune-Le-Le-Le-Le-Rapper in seinem Alter so, die bei Nice or Shy 50 mal hintereinander 50 Euro spenden, um dann wieder weggecringed zu werden von Manu und Mois.